Square Enix präsentiert eine Avalanche Studios Produktion. Just Cause 3 Just Cause 3 ist ein riesiges Open-World-Spiel mit mehr als 400 Quadratmeilen kompletter Freiheit. Vom Himmel bis zum Grund des Meeres. Stifte mit einem riesigen Arsenal an Waffen, Gadgets und Fahrzeugen das explosivste Chaos aller Zeiten. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Rico Rodriguez kehrt zurück in die Heimat seiner Mutter, die traumhafte Mittelmeerinsel Medici, um diese von der brutalen Diktatur von General de Ravello zu befreien. Der machtbesessene Diravello regiert Medici mit eiserner Hand, unterdrückt die Bürger, lässt gewaltige Militäranlagen bauen und befehligt eine schlagkräftige Armee. Aber wozu braucht diese Inselrepublik so viel Militär? Die Ravello hat es auf weitaus mehr abgesehen als nur Medici. Sein ultimatives Ziel ist die Weltherrschaft. Rico will die idyllische und friedliche Vergangenheit von Medici wiederherstellen und die Ravellos Armeen und Militärbasen mit allen denkbaren Mitteln zerstören. Zu seinen Gadgets gehört ein neuer Grapple-Hook, der überall in der Spielwelt verwendet werden kann. Zum Erreichen großer Höhen, als Waffe und für spektakuläre Stunts. Spieler können jetzt mehrere Verbindungseile setzen und so unglaubliche Kettenreaktionen voll Chaos und Zerstörung erschaffen. In Kombination mit der neuen manuellen Einzugsfunktion wird der Grapple-Hook dadurch noch mächtiger und vielseitiger. Schleudere Fahrzeuge in Kontrollpunkte, verbinde Soldaten mit explodierenden Benzintanks, zerschmettere Helikopter am Boden. Du kannst Dich auch an Objekten festhaken, um sie zu zerreißen und sogar Abrissbirnen damit konstruieren. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Der Fallschirm ist jetzt weitaus stabiler, um Feinde sowohl mit ein- als auch zweihändigen Waffen im Kampf mit großer Präzision zu attackieren. Die Kombination von Grapple-Hook und Fallschirm ist hochgradig effektiv und absolut einmalig. Neu dabei ist außerdem der brandneue Wingsuit, der völlige Freiheit in der Luft gewährt und Ricos Flugfähigkeiten komplettiert. Rico verfügt außerdem über einen Waffenschrank voller Maschinengewehre, Handfeuerwaffen, Granaten, Raketenwerfer und unbegrenzten C4. Spektakuläre Kills und atemberaubende Explosionen sind also garantiert. Auf Medici gibt es über 80 Transportmittel zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Von Sportwagen über Kampfjets und Monster Trucks bis hin zu Traktoren, jedes mit unglaublicher Liebe zum Detail gestaltet. Fahrzeuge sind ein komplexes Gebilde aus verbundenen Einzelteilen, Knautschzonen und explosiven Benzintanks. Gebäude, Basen und Tankstellen explodieren in einzigartigen, physikalisch korrekten Kettenreaktionen. Die Zutaten von Momente voller beeindruckendem und unberechenbarem Chaos. All dies in den aufregenden Missionen von Just Cause 3, in denen du die Machtzentren des Generals in Schutt und Asche legst, Orte in der offenen Spielwelt befreist und dabei Zugriff auf neue Fahrzeuge, Waffen und Rebellenlager erhältst. Die Welt ist vollgepackt mit Sammelobjekten und Herausforderungen, die du entdecken kannst, um dich in die online besten Listen einzutragen und damit gegenüber deinen Freunden anzugehen. Dazu gehören Rennen, Schrottplatz-Arenen, klassische Skistände, Wingsuit-Kurse, Crash-a-Bomb und Zerstörungsorgien. Schließe sie ab, um neue Mods freizuschalten, die Rikos explosive Fähigkeiten und Fahrzeuge verbessern. Just Cause 3 ermöglicht es Spielern auf unzählige Arten, epische Action, Zerstörung und Chaos auf 400 Quadratmeilen eines traumhaften Inselparadieses zu erzeugen. Es revolutioniert Explosion für Explosion das Open-World-Genre. Set the World on Fire. Ab dem 1. Dezember 2015. Jetzt vorbestellen.